Der VSX 1131 Receiver von Pioneer sieht gut aus und ist solid verarbeitet. Die Bedienung ist einfach gestaltet. Die zwei grossen Drehregler sind für die Wahl der Soundquelle und die Lautstärke. Er bringt 160 Watt pro Kanal für ordentlich Leistung. Akustisch wäre der VSX 1131 vor kurzem noch als Oberklass durchgegangen. Mit seinen Anschlüsse ist der VSX 1131 für fast alles gewappnet. Sechs Anschlüsse für HDMI hinten und einen vorne. Dank sieben Verstärkerkanäle kann ein Dolby Atomus System mit 3D Sound installiert werden. Auch DTSX ist möglich. Auf Videoseite gibt es einen 4K Upscaler mit ansprechender Qualität. Die Fernbedienung ist klein und handlich. Tasten wirkend aufgeräumt. Auch auf Streamingseite ist alles Wichtige schon an Bord. Mit Spotify oder Tidal und Deezer in CD-Qualität. Cast oder Airplay und auch Bluetooth-Verbindung sind möglich. Am preiswerten für die Zukunft grüße der Receiver mit souveränem Klang. Am preiswerten für die Zukunft grüße der Zuschauer mit 3D Sound installiert werden. Am preiswerten für die Zukunft grüße der Zuschauer mit 3D Sound installiert werden. Am preiswerten für die Zukunft grüße der Zuschauer mit 3D Sound installiert werden. Untertitelung des ZDF, 2020